Euer Meister, du kennst mir den Meisterbilder, wie ich mir den Meister folge, die Jünger, als Schüler, das aufzubilden. Ich war früher ein Schwöcker, ein Schachterer, ein Flucher, ein Säufer und ein Rundensichtiger. Und ich war in Kippie ein Wacker, ich war total spontan aktiv, ich war gegen Schweizer. Ich lege mir ein Schwein, ich sprach mir ein Schwein, ich dachte mir ein Schwein, ich war ein Schwein. Jawohl, wenn einer kam, ich bin da zu sehen, und das Gott nicht lief, also das, wenn Gott nicht lief würde, dann würde es mir nicht so dreckig gehen, es würde jetzt gehen. Und das auch, Junge, dann stehe ich nicht deinem Lied, das schon lautet. Oder das ist einer Früche drin, ich bringe das Sommer, das weiß ich. Ich habe früher, Radio Luxemburg, morgens, total kaputt und fertig, ich war, religiöse Sendung gehört, so abzulassen. Ich habe wieder fast die Leute wieder auf uns gelassen. Es gibt keinen Gott. Ich glaube nicht ganz an Liebe und an Vergebung und an Gnade und an Zeug. Was ist das überhaupt? Was soll denn wirklich mit sowas kommen? Ja.